Oh Antwort einfach der Spasti Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Irgendwie war die Antwort ja klar! Das muss man aber eigentlich echt kennen! Also wenn man das nicht kennt, ist das... Ich hab ja nicht gesagt, dass ich's nicht kenne! Ich hab's nur grad nicht erkannt, als du's gefiffen hast halt! Ihr seid hier wieder direkt vollgemopft, in der Fall scheiße von euch! Das ist fehlendes Allgemeinwissen, ja? Geh... Was denn? So, zurück hier... Äh... So... Ich mach jetzt mein Haus fertig... Jetzt bin ich deprimiert... Wie viele Steine hab ich denn noch? Oh ja... Das kann er reichen... Wiii... So... Ich bin eine Krabbe! Was? Ich bin eine Krabbe! Ich geh meine Treppe nur noch seitwärts runter! Eugene! Krabs! So, dann können wir die hier auch nochmal schnell loswerden! Also... Weil hier ist ja unten die Tür, deswegen ist das dann auch mit unten symmetrisch! Auch wenn man unten nicht sieht! Aber egal! Wir brauchen halt dann viel mehr Truhen! So... Schreib mal Leo, er soll jetzt TS kommen! Machst du? Okay... Ja okay... Ich dachte jetzt kommt irgendwas... Keine Ahnung... So... Ah... Spinning Sessions gibt es dahin, ne? Ah... Spinning Sessions! So... Ich bin hier aber... Gleich durch und dann können wir von mir aus auch aufhören! Aber ich mach dann nur noch ein paar... Was wollte ich machen? Ich hab doch grad gesagt, was ich machen wollte! Laternen, waren es Laternen? Die Bäume angepflanzt habe ich! Den Raum fertig gemacht habe ich! Ach, ich wollte die Mauer weiter! So... Den Stein brauche ich eigentlich nur für die Grundlage! Holz für das Weitere habe ich! Die Bäume können in Ruhe wachsen! Und... Das hier wird jetzt weiter gebaut! Okay, hier muss dann... Das ist nicht so... Auf der Holzebene steht! Okay, Hendrik... Hat sich wahrscheinlich grad gemutet, weil es geklopft hat! Äh, was? Nein! Was? Nicht? Oh, hast du das angehört? Ne, ich hab grad nur... Weil hier muss dann noch so ein bisschen Erde angebaut werden... Weil ansonsten sieht das aus, als wenn die so auf ne extra Ebene steht... Aber das soll sie eigentlich nicht! Also jedenfalls nicht durchgehen! So, äh... Oh toll, jetzt hab ich wieder vergessen, was ich machen wollte! Und dann kann die eigentlich dann runter... Und grade das hier muss verhindert werden! So! 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 Warte mehr Zeit, wo ich das andere baue... Kann das hier weg... Oh, sag mir nicht! Ich hab hier direkt ne Mine neben mir! Ich merk ja die ganze Zeit, dass es hier keines... Okay, das geht echt tief runter! Dann... Wollt ich noch Erde? Ne, aber ich weiß, wo welche ist! Immer noch... Okay, von außen kann die Erde dann hier weg, dass das nicht so hässlich aussieht... Das wird noch offline alles ein bisschen gitarraformt... Okay! So! Ein Moll weg dauer! Noch mal ein Brötchen, ein Snaggeltchen! Und hier erstmal zu bauen! Mann! Lass mich verarschen! Warum baut ihr da immer direkt drauf?! Oh! Oh! Deine einzige Antwort jetzt, was? Ne, ich will, dass du Copyright Probleme kriegst! Okay! War voll gut gefiffen und so! Das klappt euch schon ganz gut! Machen wir das hier noch ab! Da sind wir voll weit gekommen und so! Zack! Aber wir können nicht die ganze Zeit so mit gerade Mama ziehen! Hahahaha! 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 Ah, das ist... Das hört sich irgendwie so ein bisschen an wie we are one. Nein, we are two. Oh Mann. Jetzt geht der Flow aber richtig müß bei dir los. Oh Gott. Also, eigentlich ist das Pfeifen so einmalig nicht so schlimm, aber wenn du es auf Dauer durchpfeifst, dann ist das nicht so angenehm. So, das dem Holz hier, was ich hier abholze, das brauche ich nämlich eigentlich nicht, dieses Birchwood. Kann ich richtig geil. Warum sind da große Bäume gewachsen? Bist du herzlich? Ähm, daraus kann man voll cool und so, warte, was wollte ich sagen? Ach so, wieder Truhen machen. So. Zack, das ist aber weg. Ja, okay. Äh, so, das reicht. Den Rennungs-Gentag eigentlich muss ich ein bisschen was weg. Und Treppen hochlaufen. Was? Ich lauf grad wieder Treppen hoch. Kann man ja mal machen. Nicht ernsthaft geht die jetzt kaputt. Oh, das brauche ich jetzt aber noch ab. Das muss, das muss. Das muss. Junge, willst du mich verarschen? Was brauchst du? Zack. Dann kommt's noch den Sand austauschen, dann haben wir das auch und dann machen wir noch, bis der Stein alles die Mauern und dann verarbeiten wir noch das Birchwood und dann machen wir nämlich Schluss. Dann geh ich was essen und gib's ne Crew. Hm. Dann kommst du wieder, dein ganzes Haus ist abgebrannt. Oh ne, jetzt kommt diese elendige Spotify-Werbung. Ich verschiebe die Mauer einfach, weil es jetzt wieder dunkel wird. Oh, das ist echt so irgendwie viel zu schnell. Aber noch ein paar Birch, Sub-Links und so weiter. So. Hier muss er jetzt runter. Dann schreib mal ja. Bitte. Äh, nein, das geht grad bei mir nicht. Oh. Vor allem eher so Toolen. Kommt wieder der Ausländer nehmendurch. Hä, warum? Achso. Er will wahrscheinlich selber nicht, er wollte mir nicht sein. Oha. Komm schon, lass mich das noch bauen. Ich flüchte auch ganz schnell in mein Haus gleich. Was ist das? Achso, okay, egal. Ähm. Birchwood behalte ich auch an. Da muss ich dann nächstes Mal nämlich mit anfangen. Jetzt an... Das war... Äh. Äh. Schlau. So. Zack. Ach, das ist doch umständlich. Okay, das wird jetzt nicht weniger umständlich, aber... Ich finde es angenehmer. So. Das dehnen wir mal auch noch was. Nämlich... Das geht dann nämlich auch genau auf. So, ein paar Kisten. Das reicht doch fast für die untere Reihe der unteren Etage. Und zwar... Bleiben da zwei frei. Nach da kommt's hin. Und zack. Und zack. Und... So. Ich kann da nämlich noch Öfen nehmen. Brauchst du das? Der ist ja schon wieder mit so einem Trank. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Als ob. Ich wette mit dir, dass du das warst. Gut geleugnet, Hendrik. Aber ich bin der Meinung, dass du das warst. Warst du's? Nein. Na, gut gegrinst. So, die Mülltruhen mache ich mir einfach mal neben der Workbench. Das ist gut zu merken. Beziehungsweise, zwei davon brauche ich nix. Sand brauche ich nix. So, die brauche ich fürs nächste Mal. Das hier brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Okay, Ordnung kommt dann. So, das brauche ich... Willst du das? Ja, okay. Wo bist du denn? Man sieht dich irgendwie nur so manchmal. Leil! Erstmal abgebaut. Was wollt ihr noch machen? Holz hab ich verarbeitet. Okay, wir können Schluss machen. Ups. Nee, aber nicht da oben. Äh. Wo bist du? Ey, Leute. Wo läufst du hin? Das muss irgendwie bei dir so richtig... Ey! Lull! Du hast einen Lava-Eimer geplantet. Ich hab... Ey, das greift alles an. Schnell! Nicht brennen! Läuft. Ach, hier ist ein Zombie. Der hat mich grad fast in den Lava ge... Oh, zum Glück brennt das Holz nicht, ey. Ey, shocking hier. Was hat Leo überhaupt geantwortet? Was hat Leo auch wieder so geil geschrieben? War das die Tür jetzt noch offen? Ja, ist sie. So zu. Ey, ich hab keine Schaufel mehr. Das muss sich ändern. Willst du eigentlich deine Sachen wieder? Nee, da war ja nicht viel. Okay. Dann warte. Ordne ich mir das kurz. Wertvollere Sachen, die ich später noch satieren muss, können ja nach unten. Scheiße, komm nach ganz oben. Das machen wir mal so. Ist schon wieder hier? Ich hab grad schon wieder irgendwas im Augenwinkel gesehen. Und der Spaß macht die so eine Parasso. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Und sage hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dass wir manchmal noch so viel Zeit sind. Bis dann. Bis dann. Dannuloa. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.